Musik So ein Verkehr. Musik Ach, ich sage euch, drüben auf der anderen Seite, in dem großen Dreieck zwischen einem Laubwald und einem Nadelwald, liegt ein Feld. Hm, das ist ein Traumfeld. Nicht wegen seiner schönen Lage, im Gegenteil, denn die ist doch recht bescheiden. Nein, wegen der Rüben, die dort wachsen. Die leckersten Rüben weit und breit. Das sagen sogar die verwöhnten Hasen, die aus der Gegend von Zuckerrübenhausen kommen. Die haben es nämlich leichter hinzukommen, denn das Feld liegt auf der anderen Seite. Wenn sie auch einen längeren Anreiseweg haben, die Zuckerrübenhausener Hasen. Und wenn wir uns hier auf dieser Seite nicht sputen, kommen wir zu spät. Und die Zuckerrübenhausener Hasen haben schon alles weggemümmelt. Warum ich andauernd von den zwei Seiten spreche? Entschuldigung, da habt ihr recht. Denn das ist der springende Punkt dabei. Im wahrsten Sinne, wie ihr gleich hören werdet. Ihr könntet jetzt vermuten, die beiden Seiten trennt ein großer See oder ein breiter, tiefer Fluss. Das wären auch große Hindernisse für uns hier herüben. Aber es ist schlimmer. Viel schlimmer. Das Hindernis zwischen den beiden Seiten ist, ihr werdet es kaum glauben, eine schnurgerade Straße, die die Menschen Bundesstraße nennen. Für die Menschen ist so eine Straße natürlich etwas sehr Angenehmes, weil sie da schneller mit dem Auto fahren und auch besser überholen können, denn man kann weit vorausschauen. Aber für uns Hasen auf dieser Seite herüben. Oh weh. Wie oft musste ich schon mit ansehen, wie die Zuckerrübenhausener Hasen drüben sich vollmümmelten und spöttisch mit ihren Schlappohren herüberwinken, während ich hier auf dem Sprung im Straßengraben warten musste und warten, warten und noch mal warten, weil so viele Autos hintereinander daherbrausten, dass an eine Überquerung der Straße nicht zu denken war. Und wie sie dann mit vollen Bäuchen davonwanken, die Zuckerrübenhausener Hasen, und lachten, da ärgerte ich mich schon manchmal bis zur Weißblut. Tja, und da wird man gerne leichtsinnig. Schon in meiner Hasenkinderzeit wurde mir vor dem Überqueren einer Straße immer wieder eingetrichtert, schau links, dann rechts, dann geradeaus, dann kommst du sicher gut nach Haus. Und das lieber dreimal zu oft, als nur ein einziges Mal Hasenkrankenhaus. Oder noch schlimmer. Und auch nur ein einziges Mal war ich leichtsinnig. Na ja, eigentlich konnte ich selbst wenig dafür. Ehrlich. Es war nämlich eher eine, hm, wie soll ich sagen, ja, eine Doppelung. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich sei ein wenig verwirrt gewesen und hätte alles doppelt gesehen. Nein, nein, sondern hätte ich nur doppelt gesehen, meine ich. Ich lag also springfertig im Straßengraben. drüben die schmatzenden und feixenden Zuckerrübenhausener Hasen und wartete auf eine autofreie Gelegenheit, um rüberzukommen. Dabei sah ich so schnell und immer wieder nach rechts und nach links, dass mir ganz schön schwindelig war. Jetzt kam nur noch ein Auto herangebraust und war es vorbei. Ich wollte hochschnellen und sah im letzten Moment einen Schatten direkt vor mir. Da dachte ich noch ganz kurz, Vollbremsung oder Gewaltsprung? Zur Vollbremsung war es aber schon zu spät. Und so spannte ich in einer hundertstel Sekunde meine Hinterbeinmuskeln zum Zerreißen an und schoss wie eine Rakete aus dem Straßengraben. Als sei ich ein besonderer Vogel, flog ich über die Straße und unter mir raste ein Auto durch, das ich nicht sehen hätte können, weil es so dicht hinter dem Vorausfahrenden gewesen war. Wie eine Doppelung eben. Ein Zwillingsauto vielleicht. Drüben, wo die Zuckerrübenhausener Hasen alles beobachtet hatten und auf einmal die Mäuler aufrissen wegen meiner Kühnheit, dass ihnen die Rübenstücke herausfielen, schrammte ich mit der Nase über den Straßenrand, dass ich ganz benommen war. Aber jetzt musste ich schnell wieder aufspringen und so tun, als sei der Raketensprung eines meiner leichtesten Kunststücke gewesen. Seitdem sind sie etwas vorsichtiger mit ihrem Spott. Dabei war es ganz knapp. Ihr wisst schon warum. Und mir zitterten vielleicht die Knie.